Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht, da war es halt letzter Schluss. Dieses Mal geht es um Lama-Sprachmodelle und wie man die miteinander kombinieren kann. Das sind Sprachmodelle, die ihr für sowas ähnliches wie ChatGPT verwenden könnt, bloß dass das alles bei euch lokal läuft. Und wenn man jetzt mehrere von diesen Sprachmodellen miteinander mischt, kommen ganz ulkige Sachen dabei raus. Dies ist insgesamt eine relativ technische Folge, also mit vielen Dingen auf der Kommandozeile, denn anders als bei dem Stable Diffusion, wo es mindestens zwei Oberflächen für gibt und wo es direkt dort eine Möglichkeit gibt, um diese Modelle miteinander zu kombinieren. Also keine Ahnung, das eine Modell kann super Comics generieren und das andere macht super Pinguine. und mit diesem Mischen kann man beide Modelle kombinieren und hat dann eventuell hinterher ein tolles Comic-malendes Pinguin-Modell und das tut genau das, was man haben möchte. Sowas ähnliches kann man auch mit diesen Sprachmodellen machen, die für euch Texte generieren oder die dafür da sind, damit ihr euch mit denen unterhalten könnt. Also wir hatten schon mal was mit Kobold CPP, wo ich mich so ein bisschen unterhalten habe mit so einem Modell und so kann man verschiedene Eigenarten von diesen Modellen miteinander kombinieren und wenn man Glück hat, kommt das dabei raus, was man haben möchte. Das Ganze ist mehr in Richtung Kunst, also es ist nicht so eine absolute Wissenschaft, was hinterher rauskommt. Es kann was Gutes bei rauskommen, was ihr haben möchtet oder es kann auch totaler Murks bei rauskommen und mit vielen Parametern kann man da rumspielen und immer so ein bisschen versuchen, das Ergebnis in eine Richtung zu bringen, die man gerne haben möchte. Ja, also so viel dazu. Seid also nicht enttäuscht, wenn hinterher nicht das rauskommt, was ihr haben möchtet, was ihr eigentlich dachtet, was rauskommen sollte. Man weiß es vorher nicht wirklich, also ist eine Menge Versuch und Irrtum dabei. Wenn ihr diese Reise mit mir beschreiten möchtet oder selbst mal ausprobieren möchtet, fangen wir erst mal an und installieren ein paar grundsätzliche Pakete. Ich habe das Ganze jetzt auf dem Debian 12 gemacht. Bei anderen Debian-basierten Distributionen wie Ubuntu und Linux Mint werden die Pakete sehr ähnlich heißen oder vielleicht genauso. Müsst ihr mal ausprobieren, aber ich habe es eben bloß für Debian 12 probiert. Immer wenn vor so einer Befehlsteile ein Sudo steht, bedeutet das, dass ihr dafür Root-Rechte braucht. Ihr könnt das auch anders machen. Ihr könnt euch unter Debian als Root einloggen und das Sudo weglassen. Und ja, mit apt-install oder apt-get-install kann man Pakete installieren und das minus y sagt, dass das geschehen soll, ohne dass nochmal eine Rückfrage kommt, ob man das jetzt wirklich machen möchte. Also das macht das insgesamt ein bisschen schneller, weil man das hinterher ins Skript packt. Da haben wir zum einen das Paket Git. Das ist ein Versionsverwaltungssystem, das wir brauchen, um Quelltexte runterzuladen oder nachher auch die Modelle, also die Basismodelle. Wenn man zwei miteinander verschmelzen möchte, braucht man diese Modelldateien in einer Form, wie sie noch nicht fürs Endprodukt quasi gedacht sind. Also in einer Fassung, die man auch weiter trainieren könnte. Das sind diese Safe-Sensors-Dateien und unser Endergebnis, was wir in Kobold, CPP oder anderen von diesen Systemen verwenden können, das ist dieses GGUF-Format. Das ist relativ neu. Es gibt auch andere Formate, aber dieses GGUF, das soll man wohl heutzutage nehmen. Das ist irgendwie toller als die anderen oder so. Habe ich gelesen. Ja, also Git brauchen wir zum Runterladen von Dingen. Dann brauchen wir auch noch Git LFS. Das ist für das Large File System. Git ist eigentlich dazu gedacht, dass man damit kleinere Quelltextdateien runterlädt, also Textdateien letztendlich. Und diese Modelldateien, die sind in binärer Form und die sind relativ groß. Das sind, je nachdem wie es hochgeladen wurde, so Schnipselchen von 2 oder 4 GB oder noch viel größer. Und dafür ist Git eigentlich nicht ausgelegt. Dafür gibt es diese Erweiterung, die ist Large File System. Ja, das brauchen wir dann auch noch. Und für Python brauchen wir noch ein Paket, damit wir virtuelle Umgebungen damit machen können. Das sind so ganz grob einzelne Container, wo wir diese Python-Module drin installieren, damit sich die mit anderen nicht ins Gehege kommen. Also sonst könnte es sein, dass die Abhängigkeiten nicht stimmen, wenn wir im anderen Projekt andere Versionsnummern von diesen Paketen oder diesen Modulen brauchen. Und über so eine virtuelle Umgebung sorgen wir dafür, dass einzelne Projekte voneinander getrennt sind und Abhängigkeiten unabhängig von anderen Projekten auflösen können. Dann brauchen wir hier noch was, was Build Essential heißt. Das ist so ein Metapaket. Da sind ein C-Compiler drin, C++-Compiler. Grundlegende Bibliotheken, das brauchen wir auch noch, weil wir nachher wirklich was kompilieren. Dann noch ein optionaler Teil. Das kommt wieder sehr darauf an, wie groß die Modelle sind, die ihr miteinander mischen möchtet. Und das kann sein, dass ihr zu wenig RAM habt. Also ich habe das Ganze auf einer virtuellen Maschine gemacht, die 8 GB RAM hatte und das war zu wenig fürs Mischen. Darum habe ich hier über F-Allocate mir eine 64 GB große, erstmal leere Datei generieren lassen oder anlegen lassen, die Swap heißt und dann Zugriffsrechte gesetzt, dann einmal ein Swap-Dateisystem darin angelegt und dem Kernel gesagt, übrigens hier, du hast auch noch Swap-Bereich, der in dieser Datei liegt. Dann hatte ich diese 8 GB plus 64 GB auf der SSD als virtuellen Arbeitsspeicher in der Swap-Datei und damit ist es nachher durchgelaufen. Wahrscheinlich hätte es auch mit deutlich weniger funktionieren können, aber ich habe gelesen, dass dieses Mischen von größeren Sprachmodellen sehr viel Speicher braucht und ja, von daher probiert das einfach mal aus, je nachdem, wie es funktioniert. Vielleicht kommt ja auch ohne diesen Schritt aus, wenn ihr genug Arbeitsspeicher sowieso schon habt oder einen Swap-Bereich eh schon aktiv hattet. Hatte ich in der virtuellen Maschine nicht, also habe ich mir damit temporär so ein bisschen Swap-Speicher dazugeholt. Damit wir irgendwas damit machen können, brauchen wir erstmal zwei Modelle. Also wir mischen zwei Modelle und die müssen wir erstmal runterladen. Damit wir das machen können, habe ich mal zwei Methoden. Also Methode 1 geht über Git und über dieses Large File System oder die zweite Methode wäre, auf die Webseite draufgehen und die einzelnen Dateien wirklich runterladen oder wie ich das hier gemacht habe, so ein W-Get-Kommando und dann die URL zu dem jeweiligen Modell, wobei viele Modelle auch aufgeteilt sind in einzelne Dateien. Und da steht dann sowas wie hier Teil 1 von Teil 2, Teil 2 von insgesamt 2. und die lädt man in Verzeichnis runter. Hier abhand habe ich es angelegt und dann habt ihr das. Das ist insofern die bandbreitenschonendere Variante, denn ihr ladet bloß diese Modelle hier runter. Und wenn man das Ganze jetzt mit Git macht, also ein Git-Clone macht und dann den kompletten Pfad zu dem Hacking-Face-Modell angebt, also da gibt es so ein Git-Repo für jedes einzelne Modell, das findet ihr raus, indem ihr auf Hacking-Face.co drauf geht, auf diese Seite euch zwei schöne Modelle aussucht und dort gibt es so ein Drei-Punkt-Menü, klickt ihr drauf und dann steht da drunter Clone Repository, auch nochmal draufklicken und dann steht da, wie man das mit Git klonen kann und das fügt ihr hier als Link ein. Nachteil bei der Git-Variante ist, dass diese ganze Historie mit untergeladen wird, also nicht nur die Modelle als solches, die schon sehr groß sind, sondern auch die Versionsverwaltung und da stehen dann nochmal diese ganzen Informationen drin, wie der Stand davor ist. Normalerweise gibt es bloß einen Stand, aber ihr habt quasi doppelt so viele Daten, die auf der Platte rumliegen. Also das Modell selbst plus nochmal dieses Git-Verzeichnis, wo nochmal genauso viel drin ist. Kann man hinterher auch wiederum löschen über so einen Einzeiler, was nach dem Verzeichnispunkt Git guckt und wenn ihr mehrere schon runtergeladen habt, dann nehmt ihr es alle Git-Verzeichnisse und löscht die über Xarx und RM. Ja, kann man auch so machen. Ich habe so eine Mischung aus dem gemacht. Ich habe das erstmal so gemacht und dann habe ich beim anderen das so gemacht. Also kann man so und so machen. Als nächsten Schritt kombinieren wir diese Modelle wirklich. Da brauchen wir wiederum ein bisschen Software für, die es hier drunter gibt unter diesem Git-Repo. Das ist ein Python-Skript und da legen wir uns erstmal so eine virtuelle Python-Umgebung an, die Merge heißt. Also wir wollen das mischen, mixen, wie auch immer. Und danach aktivieren wir diese Umgebung. Dann brauchen wir noch ein paar zusätzliche Python-Module, die wir über den PIP3-Paketmanager nachinstallieren. Und diese ganzen Module, die dort installiert werden, die sind wirklich bloß in dieser Umgebung, die Merge heißt. Und das wird nicht systemweit installiert. Das ist da so abgekapselt in so einer Art Container drin. Ja, nachdem wir das gemacht haben und Abhängigkeiten installiert haben, können wir dieses Skript anschmeißen, was in diesem Unterverzeihnis ist, was genau so heißt wie das Projekt selbst. Und da haben wir das Skript Block Merge Gradient Tensors.py und das füttern wir jetzt mit Parametern. Also wir geben an, den Pfad für das erste Modell, also ich habe das hier einfach mal Modell X genannt und das zweite heißt Modell Y. Das sind zwei Verzeichnisse, wo diese Dateien drin sind, also diese PyTorch irgendwas Dingsbums Dateien. Die sind dort drin. Und dann gebe ich noch den Parameter an. Guckt genau nach, wenn ihr wissen wollt, was die Dinger machen. Hier gibt es eine wunderbare Beschreibung drin beim Projekt, was das Zeug wirklich macht. Und dann gebe ich noch ein Ausgabeverzeichnis an, wo diese Modelldateien abgelegt werden sollen. Und das heißt bei mir Mix. Einfach so. Ihr könnt es natürlich alles auch anders nennen. Ein spannender Parameter ist dieses Gradient Values. Da gibt man an, welche Teile aus welchem Modell genommen werden sollen. Also es gibt da diese Abschnitte hier, die immer mit Komma getrennt sind. Die geben an, wie viel von dem einen Modell genommen werden soll und wie viel von dem anderen. Also 1 bedeutet das eine komplett und 0 heißt das andere komplett. Also 0,5 wäre denn, an dieser Stelle nehmen wir aus beiden die Hälfte. Und über diese einzelnen Abschnitte hier kann man sagen, naja, fang mal an, nimm 90% von dem ersten plus 10% von dem zweiten und dann nehme ich hier 100% von dem einen, 0% von dem anderen und das auch. Das hier ist dieser kreative Teil zum Ausprobieren, wo man ein bisschen mit rumspielen kann. Und je nachdem, wie man diesen Parametersatz hier gewählt hat, kommen auch verschiedene Modelle raus im Ergebnis. Also probiert das mal aus, das ist der kreative Teil. Und dazu gibt es auch noch ein bisschen mehr Erklärung zu diesem Parameter da drin. Ansonsten guckt im Netz mal, das haben andere Leute auch schon mal ausprobiert, wie sowas funktioniert. Ja, seid kreativ und testet die Ergebnisse. Mit dem Mischen sind wir allerdings noch nicht durch, denn wir brauchen noch ein N-Format, was auch Kobold CPP zum Beispiel versteht. Wir haben erst mal dieses Safe-Tensors-Format. Das ist so ein Format, was man auch noch weiter trainieren könnte. Und dieses GGUF-Format, das ist ja so ein End-Format, was wirklich bloß noch für die Anwendung gedacht ist. Also wo man sich mit unterhalten kann oder irgendwelche Textausgaben generiert. Aber man kann das nicht weiter trainieren. Also wir haben hier schon unser Modell kombiniert, aber es liegt im falschen Format vor. Also müssen wir das Ganze noch mal umwandeln. Dafür brauchen wir jetzt das nächste. Dafür brauchen wir Lama CPP. Das ist ein in C++ geschriebenes Programm. Es hat auch noch ein paar Python-Anteile. Darum müssen wir noch ein paar Module nach installieren. Aber der Hauptteil ist in C++ geschrieben. Und da holen wir uns erst mal den Quelltext und wechseln in das neu entstandene Verzeichnis rein. Dann installieren wir diese Module nach, diese Python-Module, die wir nachher brauchen, um das hier zum Beispiel aufrufen zu können. Aber das Kompilieren kommt davor vom C++-Teil. Da gehen wir ja in das Verzeichnis rein. Und mit make-j führen wir die Kompilierung auf allen Kernen-Threads durch, die wir im System haben. geht schnell oder dort bis länger, je nachdem. Danach verlassen wir das Verzeichnis wiederum und können jetzt anfangen, Dateien umzuwandeln. Also in dem Mix-Verzeichnis befinden sich üblicherweise mehrere Safe-Tensors-Dateien, die wir umwandeln wollen in das GGUF-Format. Da gibt es verschiedene Präzisionsgrade. Also dieses 16-Bit-Float-Format, das ist sehr präzise, ist relativ groß und wahrscheinlich braucht man es nicht in dieser Variante, die auch beim Ausführen relativ langsam wiederum ist, braucht mehr Arbeitsspeicher. Und von daher versucht man, möglichst wenig Bits zu verwenden. Darum gibt es direkt in diesem Convert hier die Möglichkeit, schon auf 8-Bit das Ganze runterzubrechen. Also nicht mehr so eine 16-Bit-Float-Zahl für jeden von diesen Parametern zu verwenden, sondern nur noch 8-Bit. Damit ist das Ganze schon mal deutlich kleiner. Letztendlich bloß noch halb so groß dieses Modell. Ihr braucht grob gesagt auch bloß halb so viel Speicher. Dann passt es eventuell schon in eure Grafikkarte rein und lässt sich viel schneller berechnen. Und der Verlust von dem natürlich viel hochwertigeren 16-Bit-Float zu dem 8-Bit ist vielleicht gar nicht so gravierend, dass euch das überhaupt auffällt. Man kann das Ganze allerdings noch weiter runterdrehen. Also es gibt dann noch die 5-Bit-Variante, die in den meisten Fällen auch noch sehr gute Textergebnisse bringt. Die kann man über dieses zusätzliche Programm Quantize generieren lassen aus der 16-Bit-Float-Variante, die wir herstellt haben und dann in einem neuen Modell ablegen. Und hierin gibt es so einen Parametersatz, wo drin steht, das erste Quantisieren auf 5-Bit und dann müsste ich nachgucken oder guckt es selbst nach. Da kann man das dann noch ein bisschen festlegen. Dieses mit Q5KM, das gibt es relativ häufig auch bei dem Hacking-Phase. Also es gibt sehr viele schon auf 5-Bit zusammengestauchte Modelle in dem GGUF-Format, die man dort direkt schon runterladen kann. Und da gibt es häufig auch so eine Tabelle, wo drin steht, das ist so dieses Empfohlene. Also da ist häufig so eine Textbeschreibung bei, wobei steht, naja, das ist empfohlen für so und so, macht ganz gute Ergebnisse. Das kann man schon nehmen. Und da taucht häufig das hier auf. Darum habe ich das einfach mal so gemacht. Ihr könnt natürlich auch andere Parameter verwenden, je nachdem, wie viel Arbeitsspeicher ihr habt, nehmt auch gerne was Besseres. Aber das Ergebnis ist nicht unbedingt besser, was denn als Text generiert wird. Ja, probiert es mal. Auch seid kreativ dabei. Spielt mit den Parametern rum. Vereinigt verschiedene Netze und so weiter. Einfach, ja, wirklich spielt mal mit rum. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder geholfen. Ihr habt ein bisschen was dabei gelernt. Ich habe auch was dabei gelernt. Ich habe mir das aus Informationsbröckchen aus dem Internet zusammengepuzzelt, habe es ausprobiert und herausgefunden, ja, das funktioniert wirklich. Eine tolle Sache, womit man wieder sehr viel Zeit verbringen kann oder vielleicht kann man auch was Sinnvolles damit anfangen, je nachdem, was man vorhat. Ansonsten macht es nach, macht es nicht nach. Abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Ansonsten macht es nach. D molecule, B Untertitelung des ZDF, 2020